PGT120.com – DT3 Das Data Terminal 3 ist ein modulares System, um die Messdaten eines Personnel-Grounding-Testers PGT120.com zu protokollieren und weiterzuverarbeiten. Das Grundsystem setzt sich aus einem PGT120.com und einem Data Terminal 3 zusammen. Das DT3 verfügt über ein Display, einen integrierten RFID-Kartenleser und einen integrierten Schaltkontakt. Über die Data Terminal Software können bis zu 32 PGT-Messstationen verwaltet werden. Ein zentraler Serverdienst synchronisiert die Messdaten und die Benutzer-IDs der verschiedenen Stationen und stellt die Daten innerhalb weniger Sekunden in einer Datenbank zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. Im Data Term Tool können die Ergebnisse der letzten 20 Messungen angezeigt werden. SQLite Studio In der Software SQLite Studio können die Benutzerdaten angelegt oder über eine CSV-Datei importiert werden. Hier wird auch festgelegt, welcher Benutzer an welchem Eingang Zutritt erhält und welche ESD-Messungen durchgeführt werden müssen, zum Beispiel Handgelenkbanderdung und Schuhwerkerdung. Zusätzlich können hier die Ergebnisse aller Messungen aus der Datenbank abgerufen werden. Alternativ können die Messdaten auch über eine ODBC-Abfrage aus der Datenbank abgerufen und zum Beispiel in eine Excel-Tabelle importiert werden. Somit kann der ESD-Beauftragte die Messdaten weiterverarbeiten und die Auswertungen archivieren.